Okay, und hoch. Da oben gibt's nichts. Oh Gott. Voll in die Dornensäule. Und ich wollte da gar nicht rein. Ja, das heißt, wir werden echt irgendwo da rüber müssen. Aber wo? Ja gut, vielleicht kann ich... Ja, da hoch komm ich nicht. Das da oben kann ich vergessen. Und das da hinten, glaub ich, auch. Jetzt hat er schon wieder respawnt. Ich glaub, ich spinne. Nein, jetzt hat er mich erledigt. Jetzt hat er mich erledigt. Super. Wenn das irgendwie nach oben gehen würde, wär's halt echt Bombe. Aber das klappt nicht. Das klappt nicht. Wieso klappt das nicht? Ja gut. Es muss aber irgendeinen Weg geben, da runterzukommen. Ach so, von oben vielleicht. Also wenn das funktioniert, dann, äh, Prost Mahlzeit. Okay. Ne, das klappt auch nicht. What the fuck? Das klappt alles nicht. Oder muss ich dafür sorgen, dass dieser Dude einfach da ins Wasser rennt? Aber ich geh jetzt einfach nochmal hier rein. So. Ich geh jetzt einfach nochmal hier rein. Nur um zu gucken, ob man hier tatsächlich nichts mehr machen kann. Aber wenn das nämlich so ist, muss ich erstmal einen Weg suchen. Der uns dann ein bisschen weiterbringt. So, aber da hinten gab's nichts mehr, oder? Ne, ich glaub, da war alles weg. Was hat das da oben zu bedeuten? Wieso glüht das so hässlich? Wieso? Ich werd das wahrscheinlich aussprengen können, oder? Tatsächlich. Mein Gott, bin ich dumm! Das darf doch nicht wahr sein. Und ich dachte, ja, ja, kein Problem. Das schaffen wir ja locker. So, und letzten Endes hat's mir eigentlich gar nichts gebracht. Weil ich eben nicht da hochkomme. Andererseits hat das aber oben das Wasser abgelassen. Somit müsste ich da auch jetzt locker durchkommen. Och, das muss man erstmal kommen, hey. Also ich find selbst als Entwickler ist das schon wirklich weit gedacht. Und sehr gut gedacht. Find ich jetzt. Aber okay. Okay, ich nehm das gern so hin. Ich find's geil. Und ich hoffe, das bleibt auch weiter so geil. Ja, ja, komm du blödes Dinosaurus, verzieh dich. Und BÄM! Jetzt aber! Jetzt aber! Ja, das war klar, dass ich mir wehtue. Das war mir doch sowas von klar. Weil es ist meistens so, dass ich mich verletze über irgendwelchen Dornen, Büschen und Seilen und weiß der Geier was. Und ich werde jetzt hier speichern. Das ist auch noch ganz wichtig. Die neue Gabe bringt uns auf jeden Fall auch sehr viel. Denn... War nicht schon wieder der hier, wo mich instant killt. Arrrr! Stirb! Danke! Danke für deine Lebensenergie, mein Freund. Ich hoffe, du brauchst sie nicht mehr. Oh mein Gott. Boah, das war ein richtig geiles Manöver, oder? Findet ihr auch? Ja! Sowieso, Baby. Ich glaub, ich... Ich glaub, ich muss den Leben lassen. Ja. Gott sei Dank hab ich den Leben gelassen, weil ansonsten wär ich, glaub ich, ähm... Wär ich ziemlich dumm da gestanden. Wenn ich den nicht hätte leben lassen. Oh mein Gott. Ja, man muss wirklich auf sehr viel aufpassen. Ist mir aber schon ein paar Mal aufgefallen. Oh Gott, wo komm ich jetzt wieder hin? Ach, war ich nicht hier schon? Doch, ich glaub, hier war ich schon. Oh mein Gott. Okay. Gut. Dann hätten wir uns aber wenigstens das hier holen können. Aber ich konnte doch vorher schon den Doppelsprung. Ich konnte das ja alles schon. Wieso hab ich das jetzt erst geholt? Seltsam. Ja genau, hier kann ich speichern. Hier kann ich speichern. Okay. Na, da drüben komm ich trotzdem nicht rein. Gut, dann tun wir mal speichern. Und dann können wir uns mal anschauen, wo wir uns denn hin teleportieren müssen. Also wir sind im Dornensumpf. Wir müssen aber nach da rüber. Das heißt, wir sollten theoretischerweise in den Höhlenheim gehen. Oder in den Wald. Gehen wir jetzt einfach mal in den Wald zurück. In die Waldsenke. Denn da können wir auch noch einige Sachen machen. Und zum spätere Zeitpunkt können wir wieder zurück gehen. Das ist ja eigentlich gar nicht so wild. So, damit komm ich schon mal hoch. Oh, die Statue kommt mir bekannt vor. Ich habe sie zuvor schon einmal gesehen. Cool. Was ist denn für eine Statue? Aha. Dann komm ich da hin und schon komm... Sie fanden das zu Hause. Ach, waren die das? Okay. Jetzt werden wir auch mal erfahren, woher die eigentlich kommen. Oder wer das ist. Bin ich jetzt echt gespannt. Des Kindes, das unser Licht empfing. Ich glaube, das soll die tatsächlich darstellen. Diese Statue. Ich erinnere mich an sie. Vor vielen Jahren, als der Geisterbaum noch ein Sprössling war. Sorgte Naru die Junge für uns. Wann immer sie konnte. Okay, wo gehe ich denn jetzt? Denn hier ist es ja richtig düster. Schwarzwurzelgänge. Gar nicht geil. Gar nicht geil, weil ich sehe... Oh Gott, ich sehe da nichts. Ich sehe da nichts. Nee. Wir müssen sowieso erst nach links. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, was da ist. Oder was da sein könnte. Okay. Jetzt brauche ich aber unbedingt mal eine Karte oder sowas. Oder da geht es noch irgendwo nach links lang. Oh, meine geilen, grandiosen Kräfte. Ah. Wir können ja auch hier reingehen. Stimmt. Okay, das kann ich leider nicht zerstören. Leider nicht. Aber vielleicht bald. Darum hängt schon wieder eine Laterne. Die hängt doch da auch nicht umsonst. Aber ich komme da gar nicht dran. Für meinen schönen Sprung. Bäm. Geil, hey. Geil. Einfach nur geil. Wenn Ori viel kann, ist das Game natürlich umso besser. Aber wo führt mich denn jetzt das hin? Hä? Also so dunkel hatte ich es noch nie in Erinnerung. Okay, bin ich vielleicht jetzt wieder zu Hause oder so? Könnte sein, weil hier war ich noch nicht. Doch, ich glaube, das war mein Zuhause. Okay, dann bin ich sowieso in die falsche Richtung gelaufen. Schade, 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 schade. Ja, ich will nicht in den schwarzen Wald da. Ich muss in die andere Richtung, aber oben irgendwo lang wahrscheinlich. Dann suchen wir uns einfach mal einen Weg nach oben. Wird ja, denke ich, nicht so weit sein, oder? Wenn ich dann denke, am Anfang konnten wir wirklich noch gar nichts. Und jetzt können wir schon so viel. Geil, ist das einfach nur geil. Es ist wirklich pervers. So, da gab es ja noch was, oder? Ja, das haben wir schon geholt. Stimmt. Kann ich da durch? Ne, sieht so aus. Ich dachte jetzt wegen dem Licht, da kommt man durch, aber man kommt da gar nicht durch. Schade eigentlich. So, dann hier hoch. Und dann darüber. So, bam. Mein Gott, ein paar Schläge. Und er ist schon erledigt. Ist das geil. Ist das geil! Ah, da unten gab es doch Wasser, oder? Ja, da hätte es Wasser gegeben. Aber ich komme da nicht hin. Mist. So einfach. Flickst, der flickst. Egal. Egal. Konzentrieren wir uns einfach lieber mal auf diese Mission. Ich glaube, da bin ich aber schon auf dem richtigen Weg. Weil hier muss doch irgendwo dieses Tor sein. Wo wir nicht aufbekommen haben. Mit diesen fünf... Ach, Geisterhöhle. Muss ich da hin? Ich glaube nicht, oder? Ah, hier war ich doch schon. Ja genau, hier war ich schon. Okay, im Höhlenhain muss ich auch nicht lang. Das heißt, ich muss tatsächlich hier hin. Okay. Aber die Pflanzen kann man nicht töten. Also ich habe jetzt gerade mal so eine Kugel auf die selber geschleudert. Und da passiert gar nichts. Komisch. Okay, bam, 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 bam und bloß hochkommen. Ich hoffe, der Weg ist auch jetzt der richtige. Ich weiß, ich weiß, das ist wirklich gar nicht so einfach, wie es immer heißt und wie man immer sagt, oh komm, das ist doch voll easy. Nee, man verliert auf jeden Fall sehr schnell eigentlich den Überblick über die ganze Situation und deswegen ist das auch gar nicht so einfach. Nein, jetzt habe ich mich... Ach, Mann, bin ich dumm. Ne, da oben war der Geisterbaum. Okay. Das bringt mir nichts. Was, das geht nicht? Okay, ich dachte, man kann das jetzt lockerlässig platt machen, aber anscheinend funktioniert das nicht mehr. Oh Gott, und voll rein. Okay, hier geht es ja noch. Ich dachte, ich fliege jetzt da wieder rein. Nee. Gut. Wo war denn bloß dieses Tor? Ich weiß, das war irgendwo hier. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo. Vielleicht doch hier? Vielleicht. Ja, ja, stirb, komm. Verschwemme nicht meine Zeit, mein Freund. Nee, da oben war ich doch auch schon. Ja, da bin ich ja vorher auch schon hochgekommen. Ja, da war ich schon, da war ich schon. Ich suche eigentlich nur dieses Tor mit den Energiezellen, dass wir die versuchen aufzubekommen. Aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Das habe ich jetzt eigentlich nur gesucht. Aber vielleicht irgendwo noch weiter unten? Oh, dass die mich immer treffen müssen, ey. Das ist ja voll unfair. So, aber ich denke, hier bin ich richtig. Ich denke. Na gut, ich denke das irgendwie jedes Mal, dass ich richtig bin. Und bin es dann doch nicht. So, wo geht es jetzt da lang? Zu diesem Baum. Oh, da waren wir doch schon. Ach, come on. Schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ich glaube, ich hänge. Wo könnte diese Stelle sein? Da bin ich aber doch ein Stückchen zu weit runtergegangen, oder? Oder war das so ziemlich am Anfang? Es könnte natürlich auch möglich sein, dass das so war. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. So. Oh, da sind ja Dornen. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ja, gut. Gehen wir mal hier hin. Weil da unten bin ich jetzt noch nicht lang gelaufen. Ach, und da war diese Karte. Okay. Ah, genau da hinten wollte ich ja auch noch lang. Stimmt. Stimmt. Ich wollte mir diese Energiezelle holen. Okay, dann muss ich aber jetzt erstmal irgendwie ins Wasser kommen. Wo ich genug Platz habe zum Schwimmen. Boah, Double Kill. Einfach nur pervers. So. Wieder oben an. Geh, komm. Ach, du schon wieder. Komm, stirb. Stirb. Da muss ich doch in die Schwarzwurzelgänge, oder? Na, dann gehen wir ja eben in die Schwarzwurzelgänge. Wenn ihr das unbedingt so wollt, dann werden wir das auch machen. Dann werden wir das auf jeden Fall tun. Wenn das denn so gewünscht ist. Ist das denn so gewünscht? Ich hoffe. Oh, die mit den Stacheln, die regen mich eigentlich, glaube ich, am meisten auf. Oder der, der mich mit einem Schuss K.O. macht. Der ist auch, der ist auch ein bisschen behindert. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut, Freund. So. Aber hier war ich doch noch nicht, oder? Doch, da war ich doch. Da war ich doch gerade vorher schon. Gut. Ach, da komme ich ja nicht weiter. Stimmt. Ah, was kann ich denn da brauchen, dass ich das unter Wasser kann? Das ist echt übel. Naja. Dann gehen wir eben zu den Schwarzwurzelgängen. Zuvor speichern wir noch ab. Und ich würde sagen, meine Freunde, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis bald bei Ori and the Blind Forest. Und tschüss. Und bis bald bei Ori and the Blind Forest.